Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, ich hab's jetzt endlich in das Haus hier reingeschafft. Hat ewig gedauert. Ein paar Anläufer hab ich schon gebraucht, aber jetzt bin ich endlich drin. Jetzt schauen wir mal, wie es hier in dem Haus weitergeht. Schauen wir doch mal hier rüber, ob hier irgendwas ist in diesem Raum. Irgendwas zu untersuchen oder sowas. Okay, sieht nicht so aus. Kann man da oben irgendwie hoch oder so? Okay, hier gehen Patrouille. Wir müssen ja die Schlange erledigen. Okay, hier sind wir, glaube ich, schon mal richtig. Sieht wichtig. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Okay. Das sind die Gemächer des königlichen Schreibers. Hier scheint nix mehr zu sein. Aber wir müssen auf jeden Fall, wir haben noch nicht alles untersucht. Okay, die Leiter hier. Eine Leiter. Okay, da oben noch. Ein Schlüssel. Okay, ich schätze mal, das könnte der Schlüssel für hier sein. Für die Truhe. Okay. Boah, ewig gedauert, bis ich hier reingekommen bin. Der ist mir die ganzen Wachen vorbeigeschlichen und, und, und. Offizielle Papyri. Diese Truhe gehört dem königlichen Schreiber Eodoros. Hä? Doppelter Boden. Ein doppelter Boden. Ein Brief. Geschätzter Ibis. Der Pharao bleibt gefügig und ist weiterhin unsere Marionette. Sei vorsichtig in Siva. Der Mord am Raya war nur der erste. Zwei von uns hier in Alexandria wurden auch bereits ermordet. Wie auch immer, wir haben hier alles unter Kontrolle. Gennadius verhört bereits aktiv die Bevölkerung. Gennadius hat man schon getötet? Oder? Ich glaube schon, das war ja. Gestempelt mit dem Siegel der Schlange. Die Schlange ist Eodoros. Der Palastschreiber. Aya sagte, der königliche Schreiber wäre oft im Badehaus. Dort werde ich die Naked Eardet Eodoros töten. Okay, ich denke, wir müssen jetzt ins Badehaus. Und wo ist das Badehaus? Wir sind jetzt aktuell hier. Das Badehaus ist dort hinten. Okay, dann müssen wir wieder komplett raus. Können wir uns hier nicht porten irgendwie? Schatzblinder. Okay, hier wäre noch ein Schatz drin auf jeden Fall. Schatzblinder 0 von 3. Und ich habe hier noch keinen Aussichtspunkt. Ich weiß nicht, ob wir den Schatz schon kriegen. Oder ob wir da noch ein bisschen zu unterlevelig sind. Falls wir hier rauskommen, wird das schwierig werden. Ich weiß nicht, ob wir hier sind. Das war's für heute. Wir könnten schon gleich die Mauern hier verlassen. Wenn wir gleich dort rüber springen würden. Das werden wir auch so machen. Wir gehen hier außen rum. Den Schatz plüdern werden wir später machen, wenn wir ein bisschen höhere Stufe haben, würde ich sagen. Wir könnten eigentlich hier oben raus und dann dort drüber. Das müsste eigentlich funktionieren. Das probieren wir doch einfach mal. So, da hinten rausgehen. So, da hinten rausgehen. So, unser Ziel liegt dort hinten. 24 Meter. Schöne Riesengebiet hier, Wahnsinn. Es ist ruhig heute. Wusstest du es nicht? Bis jetzt noch. Wusstest du es nicht? Iodorus ist im Badehaus. Ach, natürlich. Aus dem Weg! Na, was denkst du dir dabei? Geh den Weg, Bein. So, wir erreichen hier das Badehaus. Das haben wir gleich. Schauen wir doch mal, wie gut er bewacht ist. Geh den Weg, Bein. Geh den Weg, Bein. Schauen wir doch mal. Das Badehaus. Oh, bin ich nackt oder was? Okay, fast. Okay, das Badehaus haben wir erreicht. Eliminiere Eudoros. Ah, okay, ich habe die Klinge dran. Nein. Ich war am Hafen und weiß es von Aristos Frau persönlich. Seine Frau? Die wird auch immer gleich hysterisch wegen Gang. Mal schauen, ob uns die Wachen hier angreifen. Eudoros hat ganze Absätze aus Aristosburg über den Niel abgeschrieben. Ich liebe es, herzukommen. Allein das Gebäude ist die Reise wert. Sieh dir nur diese prächtige Decke an. Einfach göttlich. Und hier los. Oben ohne hier. Okay. Die Wachen lassen wir erstmal. Vielleicht müssen wir die gar nicht kennen. Ich denke mir, die werden alleine kommen. Äh... Okay, da stehen welche. Weiß ich nicht, ob ich dort durchkomme. Ja, ich gehe schon. Okay, hier komme ich nicht durch. Aber da oben könnten wir vielleicht rein. Warte mal, können wir hier oben lang? Kann ich da noch etwas für dich tun, mein Herr? Ach, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ich bin aus. Bam. Alles klar. Bitte soffen, Eurodos. Oh. Heu in das Messerein, Mädch. und uns er hätte schon sterben müssen wo ich ihn von oben angesprungen oder zehn finger weggemacht für eine mit abweg gestochen stürm jetzt mach doch endlich verflohen dich die götter welchen grund hast du mich zu töten du hast meinen sohn vor meinen augen ermordet du bist ein narr in dem tempel in sieva dieses gottverdammte drecksloch ich hatte nichts zu tun mit diesem desaster es ist zu spät für deine lügen anubis erwartet dich der tod der schlange war diesen kleinen verlust wert die schlange die schlange wird niemals sterben sohn von apophis der herr der duat erwartet dich sauber wieder ein ziel die schlitzel ich halte hol sie da runter bist du schon müde okay dann können wir aus dem badehaus das wird eigentlich nicht so schwer sein wo wir hier vielleicht auf den wegen gehen können ja da wollte ich nicht lang hier war ich lang und da hinten sieht es so aus als wir mal rauskommen könnten klasse oder beende den konflikt okay wie kommen wir hier am schnellsten raus ja das ist auch kein knopf zum drücken damit die tür öffnen kann verdammt du bist kein schöner anblick was gefunden nichts okay geht doch okay okay dann müssen wir gleich den finger veröden okay okay level 12 montur was haben wir da für eine montur die badehaus montur die badehaus tun die spielraum die spielraum okay man sieht ja bloß den finger da wirklich verloren okay okay so was müssen wir jetzt denn hier machen ich würde jetzt gerne einmal diesen punkt hier holen okay damit wir einfach eine schnellreisefunktion auch hier haben und dann hole ich mir den anderen punkt auch gleich noch okay 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 ich glaube es werden einige folgen werden ich glaube es werden einige folgen werden ich glaube es werden einige folgen werden das ist jetzt das zweite gebiet erstmal sozusagen oder das richtige gebiet oh wir sind jetzt hä was macht sie hier das war jetzt nicht geplant und mein liebster die schlange und genadius sind tot es war eodoros er starb strampelnd im badehaus wäre ich nur dabei gewesen hier los meine frau meine frau ein paar schöne stunden machen hier die wollte man nur den aussichtspunkt holen und das ist nur der anfang die hey ich habe mich schon gefragt ob ich dich raushole dein adrenalin und blutdruck sind erhöht und das beeinflusst deinen puls und deinen hormonspiegel serotonin und oxytocin ganz besonders was ist denn da drin passiert Aya ist hier wer ist Aya? Ajax Frau ich fühle ihre anwesenheit du kannst sie fühlen? okay Haare haben sich dieselbe Gruft geteilt immer wieder dass sich der blöde Dualshock-Controller hier verabschiedet nachdem ich sie gefunden habe was ist da los? Diana nein dann kassieren sie doch die Lorbeeren und ich bleib wieder außen vor okay da was ist denn? der Sicker-Effekt führt mich zu Aya oh klasse Treibstoff für deinen Superhelden-Komplex okay das ist anscheinend Aya sie ist da unten es wird Zeit für einen Todessprung tritt hervor am Tag und ich geleite dich heim mit wem redest du? muss ich hier runterspringen oder was? das ist eine richtige Traztante okay verdammt ist das kalt ich hatte recht sie ist hier da bist du ja Gott sei Dank ich kann fast das Blut schmecken okay du redest ganz schön wirres Zeug Leila wir müssen Meldung machen noch nicht noch nicht? wann dann? Tja ich hab nicht vor hier unten zu versauern ich auch nicht was hast du jetzt wieder vor? klettern und das ist schwer also sei still okay? schön sag Bescheid wenn du oben ankommst ich kann aber auch gut klettern muss ich hier hoch? ja da wollte ich nicht hoch hier wollte ich lang ich geh wieder rein wieso? ich hab eine DNA Probe ich will in ihre Erinnerungen ich versteh deine Aufregung aber je mehr Risiken wir eingehen desto schlimmer kann es enden es geht um mein Traum ich mach das auf meine Art hier rein ne dann müssen wir wahrscheinlich hier rum gehen ok dann sind eh schon die Scheinwerfer ja genau ok ich gebe Eiers DNA in die Kammer die Sequenzierung wird dauern du kannst dich nicht direkt mit ihr synchronisieren ich bin gespannt wie wir mit der Eierspielen jetzt Leila du solltest noch etwas wissen wenn du unkontrolliert Gensequenzen zusammen mischt wird der Übergang zwischen den Erinnerungen unvorhersehbar sein unvorhersehbar ist völlig okay für mich ja ich mache mir Sorgen das machst du immer ich werde wahrscheinlich mit der Frau spielen ein Bayek seiner Frau ich würde mich natürlich freuen wenn er mich ein bisschen unterstützt hier in dem Projekt mir macht es riesen Spaß ich hoffe euch macht es auch Spaß und ich würde sagen dass wir jetzt dann auch schon so langsam einen Cut machen schauen wir mal was jetzt noch kommt und dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter schauen wie es denn weiter geht ich sag's doch der Animus hat Eiers DNA noch nicht verarbeitet ja der verarbeitet schon gut 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 Was ist denn? Die Schlange. Was, wenn er nicht der Letzte war? Natürlich war er der Letzte. Sie sind alle tot. Es ist getan. Wenn du noch Fragen hast, Apollodorus kann helfen. Er weiß alles. Und wo finde ich diesen Mann, der so viel weiß? Er ist bei Cleopatra. Aber trifft zuerst seinen Kontakt beim Hypodrom. Okay, das Hypodrom. Hey! Kuss. Ich sage Phanus, dass Gennadius tot ist und treffe dich später. So, Ushiva, Stündchen ist jetzt vorbei. Genieß das Hypodrom und verspiel nicht dein ganzes Geld da. Okay, ich will es aber erstmal hier hoch, weil ich will eigentlich den Aussichtspunkt hier. Okay, das synchronisieren wir mal. So, Leute, damit würde ich sagen, machen wir auch jetzt wirklich einen Cut und schauen dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich werde auf jeden Fall noch schauen, dass ich den anderen Aussichtspunkt noch bekomme. Damit ihr auch die Schnellreisepunkte dann habt und dann immer nicht diese riesen Wege laufen muss. Die sind schon ein bisschen extrem. Wo ist denn jetzt mein Todesprung hier überhaupt? Da vorne. Okay. Gut, Leute, damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch ein Abo, wie ihr lustig seid. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.